Erstmal bin ich wählen gegangen mittags, irgendwann, nachdem ich hier Gladbach bearbeitet habe und dann waren sehr, sehr viele Menschen, die rein und raus gegangen sind. Da habe ich gedacht, da ist enorm viel los. Da habe ich schon gedacht und habe dann mit zwei, drei anderen Leuten gesprochen und als die wählen gegangen sind, zu anderen Zeiten, war auch schon viel los. Da haben wir schon gesehen, wie das die Leute im wahrsten Sinne des Wortes bewegt hat und ich war sehr, sehr glücklich, dass das Quorum erreicht wurde. Ich habe es, wenn ich ganz ehrlich sein soll, nicht unbedingt erwartet. Man denkt in erster Linie an das Stadion, wo ein paar Jahre baut wird, an sich selber. Also ich auf jeden Fall, nicht wirklich nicht, sondern ich denke einfach an den Verein und an die Möglichkeit, dass meine Kinder oder die Jugendlichen jetzt und die jungen Menschen, die 20, 25, 30 sind, dass die die Möglichkeit haben, alle zwei Wochen hier besonders gute und hochqualifizierte Sport zu erleben und gar nicht vom Event zu sprechen. Ich denke, meine Kinder oder die Jugendlichen, die 24, 30 sind, die 20, 25 Jahre an der Schule, die 20, 25 Jahre an der Schule ist. Untertitelung des ZDF, 2020